So, ich soll eine coole Anmod machen, aber ich kann das nicht, deswegen machen das die anderen. Perfekt. Gut, wir machen weiter bei Among Us. Ja, wir sind jetzt in der Map, weiß ich gar nicht, Skald gelandet, glaube ich. Und die ist ein bisschen kleiner und das ist für fünf Leute, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Insofern legen wir einfach direkt los. Amogus, ich bin auch dabei. Genau, gleiche Zusammenstellung wie im letzten Part. Sieht man ja auch am Thumbnail. Perfekt. Geil. Die Glauben, das ist nach wie vor nicht gefixt, dass man hier rausfliegt. Die am besten Spiele wurden diskutiert, deswegen ist das nicht zusammengekommen. Dann werden wir mal eben ganz schnell... Achso, stört es euch jetzt, wenn man eure Friendcodes sieht? Ja, macht einfach, komm. Ja, also dann fühle ich mich jetzt echt in meiner Privatsphäre verletzt. Ich frage nur, weil meine wird ja ausgeblendet. Meine wird ja ausgeblendet, aber wenn ich euch einlade, sieht man eure. Oh, halt doch die Schmerz und Schatter das Spiel. Hey, Colin, ich werde dich anzeigen, also es tut mir leid. So, ich denke ja nur an alles. DSGVO-Anlöschanfrage ist raus, Colin, alles gut. Also, der Code ist einfach Cut-Off. Krass. So, ich habe alle eingeladen. Alle angeleiert. Digga, eingeladen, ja. Dann muss ich jetzt mal wieder mein Spiel neu starten. Ach, ich bin aber auch blöd, ich hätte einfach pausieren können, siehste. Kannst du nicht auf den Code reinstecken, dann muss ich nicht neu starten. Q, T, U, Q, F, F. Cut. Zwischen am Neustarten. Alter, fixt mal eure komischen Geredschaften, Alter. Q, T, U, Q, F, F. Q, T, U, U, F, F? Q, T, U, Q, F, F. Q, F, F. Jawoll. So, wenn wir jetzt das professionell machen, können wir auch die Aufnahme nochmal neu starten. Fein. Aber Colin ist ja zuglücklich professionell. Aber ich kann kurz pausieren, wenn du... Christian kommst du? Professionell ist ja nur in anderen Bereichen. Moment, was war jetzt der Code? Ich brauch den auch nochmal. Q, T, U, Q, F, F. Digga, warum ist denn mein Stick so am Glüften? Warte mal kurz. Der Stick ist am Glüften. Ist die Aufnahme an oder aus? Ja, die ist noch an. Ich überlegen, ob ich pausieren soll. Ach so, okay. Nein, der Kixian ist da, let's go. Alles klar. Geil. Amogos? Respekt an den Imposter. Meine Fantasy 13 ist scheiße. Und 12 auch. Okay. Wahrscheinlich. Ach, komm schon. Hauptsache kein Wissenschaftler. So. Wow. Alter. Sind die auch meine Pflanze abgehen? Oh, meine Pflanze ist übelst am abgehen. Okay. Weiß drauf. Wir haben keine Zeit für Pflanzen, die am abgehen sind. Muss ich aber gleich fragen, ob die das auch gesehen haben. Ui, 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 ui. Ja, moin. Okay, er hat keine Lust aufs Spielen scheinbar. Ähm, Robchou hat eindeutig Nico gerade gekillt. Ich habe eindeutig Nico gekillt. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht? Ja, ich und Sian war zusammen, deswegen glaube ich dir das. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, genau. Also wenn es witzig, Robchou war, war es Conan. Also von daher. Ja, also ich könnte ihn falsch beschuldigen, aber... Ja, du könntest mich falsch beschuldigen, mein Gott. Also nicht. Alles gut, wir voten jetzt Robchou raus und sonst direkt dann nach Conno, wenn er es nicht war. Ey, die einfach alle gegen mich sind. Ich spiele nie wieder, Amor. Kurze Runde. Ach, ich war es doch gar nicht. Aber wieso tötest du in meiner Anwesenheit Nico? Das war ja mal eine Runde. Ja, jetzt bin ich wieder ein Poster. Das ist Robchou. Perfekt, perfekt gelaufen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte jemanden killen. Ja, okay, cool. Hast du gedacht, ich sehe das nicht, wenn ich die Blätter da einschöre? Ich fand es halt lustig, das sind deine Anwesenheit zu machen. Hoffentlich gibt es dann auf dem Video eine coole Reaktion darauf. Ja, eine verwirrte Reaktion. Ich spiele für die Fans, Mann. Perfekt. Dann können wir gleich in die nächste Runde gehen. Für Dani. Der kill war für Dani. Du willst doch nur mir nochmal eine Chance als Imposter geben. Nein, ich will einfach nur Crewmates sein. Ja, das will ich auch. Jetzt habe ich nicht nach der Pflanze gefragt. Scheiße. Ist doch geil. Ich muss nächstes Mal nach der Pflanze fragen. Geht jetzt wieder so ab. Oh, jetzt kriegst du nicht mehr hin. Oh, jetzt kriegst du nicht mehr hin. Oh, das war einfach ein Bug. Das geht nicht immer. Oh, wieso geht das nicht immer? Das ist ja lame. Okay. Das ist ja lame. So, wieder die Blätter. Und dann das hier. Und dann Storage ist der nächste. Da ist Xean reingegangen gerade. Ui. Admin ist der nächste. Ah, das ist die Karte, ne? Ui. Ui. Okay. So früh? Hallo, ich bin's wieder. Ich bin mal wieder der Wissenschaftler. Dann zieh ich halt keine Karte durch. Ich bin mal wieder der Wissenschaftler. Ich hab's geschafft. Ich hab grad Rob, Drew und Conan an mir vorbeigehen sehen. Also, die waren zu bald zusammen. Und in dem Moment, in dem Moment ist Nico gestorben. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Reggie war. Ey, ich hab keinen Bock mehr, ihr... Ja, oder du. Aber okay, aber die Reaktion, aber die Reaktion war ziemlich deutlich. Ja, du und dein... Oh, ne, Alter, kümpte... Oh, ey. Die Reaktion war doch nicht. Ich schwöre, was ich sah. Oh, was ist denn überhaupt passiert? Er hat keine Lust, dich zu verteidigen, ist in Ordnung. Er hat keine Lust, dich zu verteidigen. Wir spielen einfach die Schleifung. Doch alles Tropenplan, ey. Ich find auch gut, dass mal wieder Nico gekillt wird als erstes, ja. Hab ich ja eben auch gemacht, ja. Korn immer direkt in so eine Defensiv-Faltung war ja so ein... Das ist keine Überraschung mehr für mich. Ja. Ich hab's schon gewusst. Du bist tot, Nico. Ja, ist doch scheißegal. Du bist tot, Nico. Schnauze halten. Wir sind ja noch im Diskutieren. Ich warte aber nicht. Ich werd jetzt schon 133 Sekunden warten. Oh, war aber knapp. Ja, sorry. Ihr habt halt immer Pech, dass ich genau dann auf die Weitersprache bin. Ja, man kann doch nicht... Ja, also theoretisch hätte noch, hätte es problemlos noch einen Trick von Xean sein können. Aber die Reaktion von Reggie war halt so ein bisschen... Okay. Du hättest ja auch einfach sagen können, ey, da ist jemand tot. Aber ich hab niemals gesehen, dass du den Imposter vielleicht ein bisschen Hilfe gibst, wenn du schon weißt, dass es Reggie ist, ja. Ja, aber dass es du nicht hättest sein können und ich nicht hätte sein können, das war uns auch klar, weil wir waren ja wirklich zusammen. Ja, also diesmal wirklich. Ja, also nächstes Mal, nächstes Mal halte ich mich ein bisschen zurück mit meinem Wissen, Alster. Nein, ist doch gut. Doch! Wir sind ja eh noch fünf Leute, wir haben nur eine Imposter. Schnelle Runden, was wollen wir mehr? Ja, ihr müsst mal dümmer sein, das könnt ich doch nicht gewinnen. Das wird der Part mit den meisten Runden in einem Part. So ein Ding ist das. Das wird der Part mit den meisten Runden in einem Part. Und ich werde einfach nicht im Poster, das ist unfassbar. Okay. So. Ich drück doch auf Mute. Ich hab wieder nicht nach der Pflanze gefragt. Aber jetzt haben wir gesehen, dass es nicht immer passiert, also. Hallo, ist doch schon weg. Was denn? Okay. So. Das geht ja wirklich. Ich wollte nur wissen, ob man direkt im Start, ähm, diesen Pflanzen benutzen kann. Also ich würde sagen, ich bin noch am Leben, dass sie mich saß. Ja, wirklich? Ich war gerade am überlegen, ob ich überhaupt on-muten soll, weil das wirklich ein bisschen pointless. Ich wollte doch nur wissen, ob man diesen Pflanzen aktivieren kann. Ich entbüte mich auch gar nicht. Stark. Okay. Jetzt achtet doch auf, wer nicht P-Roppe gewartet hat, ne? Äh, ja, ich. Das. Ne. Eieieieiei, was ne Aktion. So, ich darf endlich die Karte durchziehen. Hui. Mein Gott, ich bleib immer überall hängen. So. Hui. Die Electrical zwei Stück. Und ich hasse dieses Ding. No. Okay. Das ist bei... Dingens. Okay. Kommunikation. Nein, gehen wir da gleich hin. Dann gehen wir da gleich hin. Was weg ist, ist weg. Okay. Stark, Leute. Stark. Ich weiß leider nicht, wer es war, aber ja, Nico ist tot. Ähm, ich habe ihn gefunden in Communications. Communications. Und vorher war noch Robjo bei mir, ähm, in Electrical, der ist mir ja nicht die ganze Zeit hinterher gelaufen. Der kann es eigentlich, ich würde dich jetzt spontan sagen, nee, der kann es nicht gewesen sein. Ähm, ich habe, ich habe auf der Kamera, auf einen der Kameras habe ich Xehan gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, wann warst du bei den Kameras? Gerade eben. Bist du von Electrical noch bis Security gekommen? Okay. Ja. Interessant. Und war ich vielleicht vor. Da war ich nach der Kamera. Also, ich glaube, das sind ja vier Kameras. Unten rechts ist Xehan rumgelaufen, aber das Bodyding kam so schnell, dass ich halt nicht sagen kann, welches Gebiet das war. Also, ich hoffe, ich lehre mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich meine, dass Robjo die ganze Zeit bei mir war. Also, ich war... Bis halt, wir uns getrennt haben bei Electrical. Ich habe Aufgaben gemacht. Also, ich kann es nicht sein, weil ich bin nur jede zweite Runde Impostor. Und, äh, ich war im Mad Bay und habe da die Task gemacht. Davor war ich in Admin, davor war ich in Weapons. Moment, wann, Entschuldigung, wann warst du im Mad Bay? Anfang der Runde oder Ende der Runde? Das kann mir nicht gut, dass du tot bist. Okay. Aber ich war Anfang der Runde im Mad Bay, aber okay, ja gut. Weil ich habe dich nämlich nicht gesehen, aber okay, 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 okay. Ähm, nee, also, wo du mich auf die Kameras gesehen hast, am Ende der Runde, war ich übrigens bei Navigation, also müsste ich gewesen sein. Ich glaube, da ist eine Kamera. Ähm, ich habe da Steuers stabilisiert und... Okay, für der Formel, der konnte das sein. Ja, ich schaue es mir noch mal an. Nein, nicht bis dahin, ganz rechts, ja. Ja. Also, er konnte, ob du geklärt euch jetzt gegen... Also, ich würde, ich würde sagen, ja, eigentlich gekläre ich ihn. Ich kann mich nicht erinnern, dass er von meiner Seite gewichen ist, aber wahrscheinlich... Ich kann mich noch nicht daran erinnern, jemanden getötet zu haben, ja. Das kann auch Self-Report sein, deswegen skippe ich jetzt, was mir denke ich, oder? Das könnte auch Self-Report sein, also ich habe ihn nicht... Ich glaube, der lag da schon länger, ich weiß es nicht. Also, ich habe nicht geskippt. Also, für mich, nur gedanklich, kann es Luxean oder Regis sein. Das ist der Wort. Das ist einfach, macht die Runde besser. Ich habe jetzt auch geskippt. Entscheiden kann ich mich nicht, aber Robbjoo ist relativ safe für mich, hoffe ich. Robbjoo muss wissen, dass ich nicht im Porzer sein kann. Ich bin nächster Runde im Porzer. Die Schnauze. So, aber ja, Nico ist wieder tot. Kein guter Start für Nico. Reaktor einmal. Oh, wir sind wieder alle auf dem Haufen, das ist natürlich gar nicht gut. Serien gefällt mir nicht. Warum ist jetzt... Okay, jetzt sind sie... Jetzt haben sie sich komplett aufgeteilt. Was ist denn das? Oh, nee! Gott, ich habe alles gemacht. Dann kann ich jetzt ja... Kamera gucken. Oh, okay, das macht er ja schon. Oh, oh. Bei Regi habe ich so ein bisschen ganz ungutes Gefühl. Geht der jetzt da hoch? Er geht da hoch. Oh, jetzt sind sie alle auf einem Haufen. Jetzt sind wir alle auf einem Haufen, das ist natürlich... Ja, ja, klar. Oh, aber das Oxygen ist ganz schön, ganz schön knapp hier. Einer muss da rein und einer muss da hoch. Das ist schlecht. Das ist brutal schlecht. Alter, wie knapp ist das? Jetzt muss ich doch den Code eingehen. Er schafft es nicht. Nein, wir haben verloren, weil er tot ist. Ich dachte, ihr macht das. Nein, wir haben verloren, weil er es nicht gemacht hat, weil er Imposter ist. Ja, und Robju kam gerade an und wollte das fröhlich machen. Und ich habe ihn sofort niedergestochen. Ja, ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das bist. Alter, das war aber... War das schon immer so kurz, das Oxygen-Ding? Ja, das kam auch mega kurz vor. Mir kam es auch ziemlich kurz vor, ja. Das heißt Oxygen. Ich dachte, ich habe genug Zeit, um halt noch irgendwie hier meine Tasche zu machen. Wo kann ich denn das Oxygen-Ding auch einstellen? Also, ich möchte mal kurz sagen, Nico. Ja. Das kann man auch nichts machen, also. Ja, gibt es schlimmer aus, ne? Ja, ja. Ich habe hier nur Emergency-Cooldown, Discussion-Time. Ja, ne, runde los. Ey, Nico, ich bin jetzt eh nix Runde im Poster. Ich werde dich nicht als erstes töten, Ehre-Wort. Ich kann die... Wenn du gleich als erstes tot bist, dann bin ich nicht im Poster. Was es nicht sein kann. So. Alles klar. Einfach eine Runde jetzt, komm, Gongo. Die Dings Oxygen kann ich nicht einstellen. Jen. Neue Runde. Ich sag's ja nur. Neue Runde. Ja, 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 let's go. Sauerstoff ist eben knapp, Poizytale, da kann man nix machen. Ja, ich merke schon. Das ist korrekt. Das ist ja krass. Das war voll der gute Play von Xehan, dass er da runter ist und ich dachte, der wird schon... Och, na endlich. Ist das hier? Na endlich. Das wird zwar jetzt nicht sonderlich gut gehen, weil ich das ewig nicht mehr gemacht hab, aber endlich mal wieder ein bisschen rumimpostern. Ist doch auch was. Obala. Und ich mach erst mal hier ein paar Tasks. An dem brauch ich sowieso immer ein bisschen, weil ich mich immer verklicke. Gar kein Thema. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Wie viel Zeit da jetzt ist? 30 Sekunden. Waren das schon immer nur 30 Sekunden? Also, Real Talk? Weil damit kann man doch jetzt ziemlich safe hier die ganze Geschichte abklären. Okay, die haben schon. Kann ich nur hoffen, dass mich keiner gesehen hat dabei. Okay. So, jetzt kommt's drauf an, wie ich mich mache. O2 ist klar. Wir waren hier die ganze Zeit zusammen. Ähm, ich hab auf den Kameras gesehen, wie Conan Reggie gekillt hat. Ah, cool. Und du darfst dich jetzt gerne verteidigen. Auf den Kameras? Wo war ich denn? Alpen. In Admin war ich, ja, da hab ich O2 ausgemacht. Ja, genau. Also, beziehungsweise Reggie hat O2 ausgemacht und dann kommst du mich von links rein und hast ihn gekillt. Das hab ich alles gesehen. Vote einfach, komm. Wie, Vote einfach, okay. Dann vote ich einfach. Ja, scheiße. Also, ich, äh, man sieht nicht, man sieht nicht genau Alpen. Die Kameras hab ich nicht gedacht, ja. Ja, man hat, also, man hat, ich hatte Dings, also ich stand die ganze Zeit an den Kameras, weil ich irgendwie kein Leben hatte. Ich hab halt, äh, hier Dings, also, äh, grün reingehen sehen und, ähm, dann kam's irgendwann du und man hat tatsächlich noch die Blutspritzer gesehen auf der Kamera, aber sonst nichts. Also, Conan, wenn man dich bezichtigt und du zehn Sekunden lang dich reagierst. Ich war von der Kamerageschichte total perplex, weil das war halt leider dann zu... Ja, das hat man gemerkt. Ich hab dich da, nur deswegen hab ich dich gevotet. Ich auch. Und, äh, ich war total verwirrt, weil da so ein Task war, da ist, haben die die Tasks irgendwie verändert? Ich mein, ich hab das ja seit einem Jahr nicht gespielt oder so. Irgendwie fair. Aber da waren Tasks, und ich dachte, das wär ja zum Wenden, aber das war ein Task einfach. Ja, ja. Ja, ja, den kannst du sauber machen, den Wend. Ja, okay. Da war ich jetzt mal voll verwirrt. Stimmt. Den haben sie aber tatsächlich, also der ist neu, also den gab's nicht die ganze Zeit. Ja, weil schon, also in den letzten Aufnahmen war er schon dabei. Ja. Das sind auch Spieler dabei. Aber von einem Jahr kann gut sein, dass er von einem Jahr noch nicht dabei war. Ja. Ja, aber ungefähr in einem Jahr, denke ich, gibt's das schon. Ja. Ja. Genau so wie die ganzen Rollen halt auch. Aber das ist für Nico neu, ja, das stimmt. Ja, das kam auch von der... Das ist für mich auch. Titten. Okay. Die habe ich. Ja. Ich wollte jetzt nur so ein Statement mal abgeben. Oh nein, bitte dich, oh nein, bitte dich, oh nein, bitte dich. Oh. So, ja, war schlecht, Imposter gerade. Aber ist okay. Nein, ich hab, äh, ich hab noch Bezug zu der, äh, zu der Aussage von Ihnen genommen. Also können wir noch dran arbeiten. Ach so. Am Impostern. Da können wir noch dran arbeiten. So eine Playstation stört's ja nicht. Ich hab hier ein Qualitätsprodukt ausgeliefert von Sony. So. Okay, Communications ist eins. Dann gehen wir zu Communications. Ach, das ist der Download. Okay, dann muss ich da gleich wieder in die Mitte. Alles mit der Kamera, da hab ich überhaupt nicht dran gedacht. Da hab ich überhaupt nicht dran gedacht. War klar, die ist da irgendwo... Ah, hier. Ja, moin. War schlecht. Es war ein schlechter Ort zum Killen. Ich war aber... Och. Immer mitten im Upload. Na gut. So. Jo, das war jetzt in Electrical. Und, äh, ich bin, also ich kam von Ausrichtung Admin zu Electrical und da lag Rob2 und, äh, Reggie ist weggelaufen von... Kam dir irgendjemand entgegen von Admin zu Electrical? Ja, Reggie. Wurde auch Zeit. Xehan nicht? Ähm. Oder war es Xehan, Moment. Es war... Weil Xehan stand jetzt, äh, kurz bevor ich zu, äh, zu Admin rein bin und da den Upload zu machen, stand er nämlich in Storage da ganz oben. Also den müsstest du direkt gesehen haben, wenn du da runter bist. Dann war es Xehan, dann hab ich... Welche Farbe war es denn? Ja, grün oder blau. Also dann war es... Ja, okay. Ich bin einfach dumm. Also du hast... Genau, du hast mich, du hast mich gesehen. Dann hab ich dich gesehen, ja, ja, okay. Never mind, sorry, Reggie. Ne, alles gut, ich glaub, die Story stimmt trotzdem, weil ich hab nämlich Roach und Reggie zusammen in Electrical gesehen, nachdem und die ich bin dann rausgegangen. Okay. Äh, ja gut. Ja, hat er noch eure Tasks gemacht, dann bin ich schon mal losgegangen. Ähm, also es war ziemlich sicher nicht Conan, weil ich hab den die ganze Zeit in der Adventure gesehen, wo das ungefähr gewesen sein muss. Ja, es war halt einer von euch beiden, ne? Ja, also mein Weg war über Weapons, dann zu Communications rund und jetzt den Upload in Admin. Du kannst es halt nicht gewesen sein, weil ich glaub, zwischen Admin und Electrical gibt's auch noch nicht mal ein Band, also das kannst du physisch nicht gewesen sein. Ja. Und den einzigen, den ich halt gesehen hab auf meinem gesamten Weg, war nur Xehan zum Schluss jetzt oben bei Storage. Ja. Also wer kam mir jetzt entgegen? War es nur Reggie über Xehan? Ne, ich war's, ich war's, ich hab dich, äh, ich hab dich gesehen. Ja, dann ist es aber relativ wahrscheinlich, dass du das warst. Ich sag halt, ich sag halt, dass es, ich sag, dass es wahrscheinlich Reggie war, aber, ähm, ich kann's auch nicht sicher sein. Ja, Reggie könnte ja auch in Electrical killen und dann durch den Event abhauen nach Madbear. Oh Baby, ich bin tot, wer ist der Imposter? Das könnte auch ein Salesforce gewesen sein. Ja, auch das, richtig. Ne, so schlau bin ich nicht. Ah, gebt mir Kassel. Daumen hoch, jetzt. Daumen hoch, Leute. Also ich würde zu Reggie tendieren, aber ich weiß es nicht sicher. Mhm. Ja, wir können ja noch eine Runde machen und dann gucken. Finde ich gute Idee. Für mich ist es zu unsafe. Aber könnt ihr vielleicht dessen ja einen Kommentar schreiben, warum ihr das doof findet, was Conan macht? Du bist tot. Ich weiß, ich weiß noch ein bisschen dir helfen. Du bist toast. Ich bin toast. So, wir haben schon mal Tendenzen. Okay. Ich bin geschmiert. Jetzt muss ich den Upload wieder machen, ne? Ja. Er geht jetzt allerdings auch gleich dahin. Gefällt mir nicht. Und dass er sehr dafür war zu skippen, spricht auch nicht unbedingt für ihn. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich meine, ich war ja auch dafür zu skippen, nur ich weiß halt, dass ich es nicht war. Ah, wo müssen wir diesmal... Ach so, das ist der Quatsch. Aber das ist auch immer eins, was nochmal zu einem zweiten Dings führt, ne? Ah, das wird auch nochmal zu einem zweiten Dings... Ja, moin. Nico ist da oben jetzt, okay. Wir müssen jetzt aber schnell Dingsen hier. Reaktor ist auch nur noch eine halbe Minute. Ist das, weil wir so wenige sind? Wer hat das jetzt mit mir gemacht? Xehan hat das mit mir gemacht, okay. Nico ist auch wieder hier am Start. Ich muss in Security rein. Ah, da ist das zweite Ding. Und dann bleibt eigentlich nur noch bei Navigations der Teil. Wartet er darauf, mich zu killen? Und er will einfach mit mir mitlaufen. Um safe zu sein. Und dann laufe ich jetzt mit ihm mit. Weil ich habe jetzt alles gemacht. Jemand guckt gerade durch die Kameras. Das hätte ich vorhin einfach sehen müssen, dass das hier blinkt. Das hätte ich vorhin einfach sehen müssen. Ah, ne, ich habe noch was bei Security. Scheiße. Ganz vergessen. Wieso? Ne, nicht vergessen. Das ist jetzt erst aufgetan. Ach, weil das ein Dreierding ist. Das ist so ein Dreierding, ja. Okay, dann gehe ich ganz kurz zur Security hoch. Guck mal ganz kurz, ob hier jemand tot ist. Nein. Okay. Sehr gut. Okay. Hier ist auch niemand tot. Nico. Oh, alle sind noch. Okay, es ist noch niemand tot. Also Nico oder Reggie. Weil Nico hat gerade reported es. Hm, self-report weiß ich nicht. Reggie ist schon sehr verdächtig. Die Frage ist, ist Nico jetzt schon tot? Oh, wir müssen gucken, ob Nico tot ist. Weil dann müsste er nur noch einen Kill machen. Lebt Nico noch? Oh, nice. Was soll ich denn machen? Reggie war's. Okay, Mann. Genau das war der Punkt. Reggie, hast du auch mal versucht, einen zu killen? Ja, klar. Ich hatte dieses, wo man Weitels sehen kann. Und ich habe die ganze Zeit einfach auf Weitels geschaut. Und mir gedacht, hä, wieso? Stürmt denn niemand? Konnel und ich sind halt die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Und Reggie hat uns die ganze Zeit verfolgt, weil er gehofft hat, dass wir uns aufsplitten. Also du waren wir leider nicht. Aber Reggie, warum hast du mich denn nicht gekillt, wo wir da... Ich bin abgerutscht. Abgerutscht. Du Sack. Also habe ich meine Schutzhändler völlig umsonst benutzt. Ja, okay. Gute Runde, Leute. Meine Maus gibt gerade den Geist auf. Der gute alte Taskwin, der kennt die nicht. Ja, sehr schön. Hatten wir auch noch nicht in den Aufnahmen heute. Ja, also, gern geschehen. Gut. Ja, nächste Runde. Ja, dann weiter. Wo wir go. So, jetzt machen wir mal mich wieder zu meinem Poster. Also wirklich der Part mit dem Meister. Viel Erfolg an den Imposter. Wir haben so viele Runde mit dem Part. Unfassbar. Respekt und Gnade. Aber gut, wir sind halt auch nur 5. Natürlich sind es dann viele Runde. Oh, ich habe meinen Discord. Scheiße, ich habe... Ja, nein. Nein, ich muss hier hin. Da muss ich hin klicken. Okay. So, wo muss ich denn hin? Okay, da runter muss ich. Shields. Zu Shields. Was ist denn das? Ach, das ist hier Dings. Sauber machen. Dann Storage. Ah, das ist das Auftanken, ne? Genau, das ist wieder so ein Beknüpfungsding, wo man dann zu dem anderen hin muss. Genau, da gibt es jetzt ein zweites dazu, aber wir gehen erst mal Karte machen. Wir gehen erst mal Oxygen machen. Okay, Xehan ist schon da. Das ist jetzt schlecht, weil... Weil dann da oben keiner ist. Alter, das ist echt knapp. Okay, Reggie ist hier. Ja, moin. War das so ein Classic Kill an dem Oxygen-Ding? Genau, Reggie was. Also ich war in React, Arpa-Engine, Lower-Ending, Rune... Ob Reggie jetzt Bock hat sich zu verteidigen? Ich bin gespannt. Oder ob einfach schon aufliegt. Ich bin dann mit Conan zu O2 gegangen und da hat Reggie auf uns gewartet und hat einfach Conan kein Blödich mehr gemeuchelt. Okay. Ja, was machst du jetzt? Was sagt... Ja, was sagt Reggie jetzt die Frage? Das ist ein Self-Report. Ah, es könnte natürlich auch ein Self-Report sein, ja. Ich glaube, Reggie hat keinen Bock mehr. War es aber nicht. Ah, okay, ja. Ja, ja. Da muss ich noch mal kurz überlegen. Ja, selbe Spiel wie immer, Reggie ist der Imposter-Go-Go. Ja, also es spricht ja schon viel dafür, dass Reggie Imposter ist. Er war ja auch sonst immer Imposter. Ja, statistisch ist das wahrscheinlich. Könnte ja auch in dem Plakat sein, ne? Ja. Genau. Ja, es heißt Imposter, nicht Imposter. Im Klakat. Ja. Verräter. Geschlechtsneutral heißt es heutzutage Imposter-In. Nein, heißt es nicht. Muss man schon richtig sagen. Das ist Englisch, nicht Deutsch. Okay, ich wollte Reggie. Ah, okay. Ich skippe dann mal den Wort. Ich geh mal kurz auf Klo, ja? Wenn Robjo jetzt mich voten würde, würde es ein Stay-Mate geben. Das heißt? Dann würde keiner rausfliegen. Ah, also quasi unentschieden. Ja. Weil dann zweimal, ah, okay, stimmt. Zweimal. Ja, zwei versus zwei und das macht ja nichts. Ich könnte ja auch einfach skippen. Du könntest auch skippen, aber dann fliegt Dings raus. Oder so. Jetzt bin ich wieder bei 50% Imposter-Quote. Hey, was ist das denn? Also irgendwie wirst du ziemlich auf dem Imposter gerade, ja. Ja. Hier ist das zweite Mal. Also einmal war ich zweimal im Imposter, jetzt war ich zweimal hintereinander wieder. Ich bin über 50%. Ja, das ist schon interessant. Ich wäre schon mal gerne wieder. Ich war jetzt erst ein einziges Mal. Wird Zeit, dass ich es wieder werde. Also ich bin eigentlich immer froh, wenn ich Crewmate lese. Ja, Crewmate kann ich. Ja, Imposter kann ich nicht, aber ich glaube, das ist zum Zuschauen interessanter. Ich weiß es nicht. Na bitte. Schauen wir mal, ob es interessanter wird. So. Okay, ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Hä, wieso habe ich da oben jetzt... Ist das ein Fake-Task, der mir hier angezeigt wird, weil ich da jetzt ein Ausrufezeichen habe? Ich glaube, das ist ein Fake-Task, der mir da angezeigt wird. Das ist ja witzig. Okay. Warum ist das hier grün? Besteht das nicht? Hm. Das ist ein relativ kurzer Task. Wie Xehan immer guckt, gefällt mir nicht. Ich muss den umbringen. Oh, Nico. Oh, Robjo. Nicht sicher, ob das so klug war. Ey, das ist voll knapp. Man kommt hier kaum... Selbst wenn man es weiß, kommt man da kaum hin. Okay, Nico macht schon. Dann kann ich aber auch sagen, ich habe gesehen, dass Nico hier macht und die musste mich auf den anderen halt verlassen. So ein Ding ist das. Ich kann schon wieder killen. Also ich könnte jetzt gleich den zweiten wegnehmen. Wenn die den nicht finden. Die finden den nicht. Die finden den nicht, weil die nicht in die Kameras gehen. Okay, jetzt. Oh. Oha. Also, Xehan war ein Upper Engine. Ich habe ihn vor, keine Ahnung, fünf Sekunden noch lebend zehn. Also das kann nicht so lange her sein. Und ich habe sonst in letzter Zeit niemanden gesehen. Ich war vorher in Atmen. Da hatte ich... Genau da hat Xehan noch das Optical gemacht. Und ich hatte da auch noch eine Task. Und sonst ist echt lange her, dass ich irgendwann gesehen habe. Also du hast nur Xehan gefunden. Ja. Conan, wo warst du jetzt am Ende? Ich war jetzt zum Schluss in Cafeteria. Okay. Ja, dann... Also ich war noch am rechts. Also Navigation Shields. Das heißt, ich war ganz weit weg. Ich hatte dich eigentlich auch nur kurz in dem Moment gesehen, wo dieses O2-Ding an war. Da hast du oben den O2 gemacht. Ja, und ich habe danach noch Task in Navigation und Shields gemacht. Also, bist du dann so schnell da rüber und... Nee, Moment. Hä, wie bist denn du dann von da zu... Das ist lange her. Also das ist schon ein bisschen her. Also ich habe es bis dahin auf jeden Fall. Ich war... Wo war ich denn ganz noch vor Cafeteria? War in Electrical unten? Ja, in Upper Engine wahrscheinlich. Und dann muss ich ja den Kill gemacht haben. Nö, nö, nö. Also. Einerseits glaube ich eher, dass es Conan ist, weil Nico hätte mich glaube ich schon zweimal kill können. Andererseits... Aber wenn zwei Leute tot sind, dann hat er mal auch einigen Kill... Ah, Cool Killdown. Kill... Oh Gott, du weißt, was ich meinen gehabt. Ja, der letzte ist aber ganz frisch. Und der davor, der muss dann ja schon lange her sein. Na eben, aber du hast ja... Wie lange haben wir Cool Killdown, glaube ich? 35 oder irgendwie sowas? Oder 30? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Du warst jetzt oft genug im Poste. Wie lange ist denn der Kill Killdown? Ja. Kill Killdown. Das könnte natürlich dadurch, dass... Jetzt schon zwei tot sind, könnte es natürlich auch sein, dass Reggie jetzt Elf-Report hat, also gekillt und direkt. Das wäre auch denkbar, ja. Aber... Ach, das ist schwierig. Also ich glaube, dass es Conan ist, aber ich bin mir nicht sicher, aber... Wir müssen jetzt voten. Xeano, das tut mir leid, ich habe dich nicht beschützen können. Ich finde es schwierig, mich hier zu entscheiden, weil ich habe für beide jetzt eigentlich nicht wirklich... Ich war so schnell, äh, zu schützen, so... Wenn ich mich gut habe, dann ist ja eh, dann kann ich... Brauche ich nichts mehr machen. Ja, genau. Dann skipp ich. Ich muss sagen, ich muss sagen... Gutes Bauchgefühl. Ich hätte, ich hätte dir den Sieg gegönnt können. Das war, das war, das war, das war gut, wie du das gemacht hast von sich. Ich, äh, ich, ich, äh... In dem Moment, wo mir klar geworden ist, dass ich ja beschützen kann, war es zu spät. Ach, Tade. Aber liegt das daran, dass wir so wenige sind, dass der Projekte und, und, und O2 nur 30 Sekunden, oder war das einfach schon immer so? Ich finde es krass, wenn man an der anderen Seite ist, hat man echt wenig Zeit, darüber zu kommen. Das war, glaube ich, schon immer so. Und die Map ist doch nicht so groß, also... Wahrscheinlich deswegen, ja. Du kommst trotzdem noch, du kommst von ganz am Rand bis dahin immer noch rechtzeitig. Ja. Ja, aber du hast, du hast wahrscheinlich, Conan, du hast wahrscheinlich die ganze Zeit da rumgestanden, weil ich hatte noch aus dem Augenwege gesehen, dass, äh, dass Robju da auch, äh, ziemlich, also ziemlich dicht dran lag, wo ich, wo ich tot war, du hast da... Robju hab ich bei den Security-Kameras gekillt, hast du die ganze Zeit daneben gestanden? Nee, ich hab den, ich hab den vorhin gekillt, dann hat's ja ewig gedauert, bis da, dann hab ich erst mal das O2-Ding gemacht, dann bin das Ding... Okay, aber war Zufall, war Zufall. Das war richtig, das war richtig, das war richtig, ich bin ja reingelaufen, war zu Kameras, ich komm dann, ja gut, okay, ich tue Gezift-Kameras, ich lass mich einfach killen, komm, tüten mich, und dann hat er mich echt gekillt. Da hab ich gerne, ich hab versucht, die Kameras... Okay, aber ich dachte, das wäre eine Strategie, ich dachte, du hättest da gewartet, dass bis jemand kommt und die Leiche importen will und den dann auch noch kürzt zu killen oder sowas. Nee, du bist mir einfach zufällig über den Weg gelaufen. Okay. Zufällig die gleiche Stelle oder fast die gleiche Stelle. Genau, genau. Purer Zufall, ich bin einfach wieder rumgelaufen, aber es war tatsächlich genug Zeit, um von da, wo wir waren, Nico, bis darüber, und dann wieder zurück in den Cafeteria zu kommen. Das hätte jeder laufen können. Okay, noch eine Runde oder aufhören. Wir sind bei 37 Minuten. Ja, weiter, immer weiter. Rein da. Ist auch der letzte Fixer, kapiert er das Final Fantasy 13 scheiße ist. Um das nochmal klarzustellen. So, auf, ein Neues. Reggie wird Impostor. So. Ja. Drei Millionen Electrical Tasks? Na, rein da. Da gehen wir doch gleich mal rein. So. So. Hab ich das jetzt richtig? Ja, okay. Und jetzt hier alle Tasks. Die komplette Reihe da oben. Ach, großartig. Ah, nicht ganz die komplette Reihe. Amen. Ich bin zu schuld. Alter, meine Maus gerade. Shit. Fuck, wer war denn? Scheiße. Mist. Wer war? Welche Farbe war denn das gerade? Verdammt. Lila. Na. Also wir sind, wir sind, pass auf. Wir sind in Electrical. So, und Nico war bei mir und noch eine andere Farbe war bei mir. Und jetzt ist Nico tot. Äh? Ach, scheiße. Es war, es war nicht hellblau. Also es war in Electrical? Es war in Electrical. Ich glaube, es war gelb. Ich bin gerade reingekommen. Dann hast du gesehen, wie ich reinkomme. Und da hast du in der Staff-Report gemacht. Bist du, da habe ich dich dann gesehen. Ich kam gerade rein. Ich dachte, ich kann Raupio auf jeden Fall ausschließen, weil er stand nur in der Cafeteria rum und hat nichts gemacht. Ich habe, ich habe, Moment, ich habe auf keinen Fall self-reported. Auf gar keinen Fall. Ich habe eine andere Farbe gesehen, die da mit rein ist. War es dann doch hellblau? Bin verwirrt. Also ich war, also ich vernehme mir nicht. Dass ich mir eine scheiß Farbe nicht merken kann. Aber ich war kein Selfie-Pod. Also du bist gerade von unten rein, sagst du, Reggie. Ja. Also von oben her böse. Ja, ja, also jemand ist an mir vorbei, während ich den Task gemacht habe. Und als ich den Task ausgemacht habe, waren die Kotot dort gelegen. Da bin ich nicht mehr vorbeigekommen. Ich habe gar nicht gesehen. Und es war irgendeine, ich sehe, ihr habt alles so helle Farben, verdammte Scheiße. Nee, du sagst, Raupio stand in der Cafeteria. Ja, stand nur in der Cafeteria rum. Zumindest einmal bin ich dort vorbeigelaufen und dann stand immer noch so, als hätte ich kein bisschen bewegt. Dann ist das auch kein Wendung. Xehan, warst du in Electrical gerade? Nein. Ich war die ganze Runde nicht in Electrical. War eine meisterhafte Frage, muss ich sagen. Ja, na ja. Wenn Xehan, also wenn Xehan jetzt es wirklich nicht wäre, dann kann er uns ja erzählen, wo er war. Also ich war am Ende der Runde im Mad Bay und habe einen Scan gemacht. Reggie, ich habe eine Frage. Ja. Bist du ein Poster? Nein. Ob das war es mal nicht. Problem ist, dass ich jetzt so blöd erzählt habe, und Reggie könnte jetzt auch einfach nur sagen, er ist von unten reingekommen. Das ist richtig. Ich habe jetzt für Skip gewotet, das klingt für mich noch nicht... Dass ich mir diese scheiß Farbe einfach nicht merke. Na komm, wenn du es nicht weißt, dann kannst du es ja auch skippen. Ja. Ich meine, wir sind vier Leute, wir müssen noch nicht abstimmen. Ja, ist schon klar. Aber mich ärgert es gerade, dass ich mir die scheiß Farbe nicht merken konnte. Ja, dann wurde doch einfach... So ein Dreck. Oha. Digga, what? Ich war es nicht. Mann, ist ja in Ordnung. Deswegen habe ich dich ja geworfen. Ah, verdammt. Hey, in dem Moment, wo es darum geht, kann ich mir die blöde Farbe nicht merken. Ah, ist das blöd. Ich hätte jetzt so gerne Nico direkt gerecht, ne? Ah, das gibt es doch nicht. Welche Farbe ist da an mir vorbeigelaufen, verdammte Axt? Welche Farbe ist da an mir vorbeigelaufen? Ey, das regt mich auf. Wheel Talk. Das ist doch so ein Müll. Wir könnten jetzt fertig sein, wenn ich einfach mir diese dumme Farbe gemerkt hätte. Aber ich habe mir die Farbe halt nicht gemerkt. Es tut mir leid. Mist. Ich wollte gerade reporten. Okay, also. Es ist ein Shapeshifter. Wollt auch gerade reporten. Ja, ich bin nämlich gerade zum Button gegangen in der Cafeteria. Die Leiche war direkt daneben. Deswegen habe ich das reportet. Oh damn, es gibt Shapeshifter. Ja. In Navigation hat sich jemand in Xehan verwandelt. Und Xehan war da noch. Das heißt, Conan, du bist es. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Xehan, wenn du jetzt auch mich gewortest hast, hast du falsch gewortet. Kann ich dir garantieren. Dann bist du auf Regi reingefallen. Oder es kommt dir zugute, weil du es selbst bist. Digga, wir sind ja noch drei. Scheiße. Also, wenn du mich gewortet hast, ist es vorbei. Ja, ich habe dich gewortet. Ja, okay, ich bin es nicht. Dann können wir aber auch aufhören. Sehr sicher. Ist klar, Conan. Also, Reiki, wenn du es jetzt wirklich nicht glaubst, dann ist es Xehan, ne? Nur mal so am Rande. Weil ich war es definitiv nicht. Hä? Sag ich ja. Du bist über so einen Joghurt ohne Scheiß. Ich erzähle mal die Reihenhafte. Ich bin ein Shade-Shifter, deswegen ist es Conan. Ich erzähle mal die Reihenhafte, was passiert ist in der Runde. Also, erste, erste Runde. Ich habe mich in Reggie verwandelt, bin nach Elektrike reingegangen, direkt an Conan vorbei und habe Nico vor seinen Augen gekillt und bin dann gewandet. Oh mein Gott, das erklärt, dass Reggie von unten reinkam, aber ich auch dachte, dass ich grün gesehen habe. Ja, ja, genau. Du hast auch grün gesehen. Oh Mann. Ich hatte mich halt als Reggie verkleidet. Ich hatte gehofft, dass du das siehst und dann denkst, dass es Reggie war. Das heißt, es war sogar schlecht, dass ich mir die Farbe nicht gemerkt habe für dich. Du hast Conan überschätzt. Zweite Runde habe ich mich in Conan verwandelt und bin ein bisschen rumgelaufen, in Hoffnung, dass mich jemand sieht. Hat leider nicht. Und habe dann Robju gekillt und bin dann noch schnell nach Navigation, weil dann mein Cooldown für die Rückverwandlung fast vorbei war. Und genau als ich mich zurück in Cyanode verwandelt habe, ist Reggie vorbeigekommen und hat dann aber zum Glück die Situation falsch interpretiert und dachte, das wäre eine Hilfverwandlung gewesen und nicht eine Zurückverwandlung. Deswegen hatte ich Glück gehabt. Das Lustige ist, ich wollte auch gerade reporten, weil ich kam gerade von Oberrundhurt, habe auch die Leiche dort gesehen. Aber es war doch in Capitria, da war doch auch ein Cyanode. Habe ich doch gesehen. Ja, genau. Ja, eben, der Cyan, der Cyan ist. Ach, da ist auch ein Vent. Ich bin nach Capitria gewandet und dann bist du mir wieder über den Weg gelaufen. Ich habe den Vent, den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ja, also du hast tatsächlich zweimal mich in echt gesehen, weil ich halt vorher einmal mich in Conne verwandelt habe und ich konnte mich dann so schnell wieder in jemand anders verwandeln, weil ich dafür noch cool dauern hatte. Ja, okay, hast gut gespielt. Das hast du gesehen. Ja, also eigentlich habe ich es verkackt, aber du hast zum Glück den falschen Schuss gezogen. Ja, ich habe das in Erwägung gezogen, aber ich dachte mir, ja, ich habe dich jetzt zweimal gesehen, dann muss das Video gewesen sein. Hundert Prozent Conne. Ja, er war auch voll schon so saß, deswegen. Ja. Ah, ja. Schade, dass du Reggie nicht wahrgenommen hast, der einfach vor deinen Augen Nico abgeschlachtet. Also ich fand das eigentlich sehr lustig. Ja, aber ich hätte ihn ja als, genau, ich hätte ihn ja als Grün wahrgenommen, das wäre ganz schlecht gewesen. Vor allem, dann hätte Reggie erst recht gedacht, ich mache Selfie-Pod, weil für Reggie war es ja so, er kam ja von unten erst rein. Also es ist ja ganz oft so, was Nico zuerst stirbt, aber hat Nico schon mal eine Runde auch insgesamt überlebt? Ja, und zwar die Runde, ne, weiß ich gar nicht. Okay, okay, entschuldigung. Ich habe auch schon überlebt, ja. Wir haben doch auf Tasks gewonnen. Richtig. Stimmt. Aber da hätte ja trotzdem einer tot sein können, theoretisch. So, Colin, nächste Runde los. Und auch so habe ich es schon überlegt. Ja, eine Runde machen wir noch, dann beenden wir den Part. Hast du noch eine? Ja, wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Ja, und? Ja, mach, los. Zeit rennt. Ja. So. Die Zeit fließt, äh, Kollege der Boss. Habe ich mich jetzt gemutet? Nee, ah, doch, habe ich. Okay. Goat. Goat, goat, goat. Okay, wir laufen direkt richtig zur Navigation, sehr schön. Du-du-dum, du-dum, du-dum, du-dum. Ach, nee, Download. Ach, dann gibt es auch wieder den Upload in der Mitte. Ist okay. Die Tasks sind die langweiligsten, wo man einfach nur... Ach, da muss ich immerhin was tun. Yeah. Nice. Hast mal was getan. Äh, nee, hier, wo ist denn, wo ist denn Lights? Ach, das muss man bei Electrical, ne? Aber ich kann, glaube ich, den Upload trotzdem machen. Richtig? Richtig. Reggie steht bei mir. Ich muss, das ist jetzt immer... Ich muss das jetzt immer alles laut sagen. Ich muss das jetzt immer alles laut sagen. Okay. Jo, also ich kam gerade in Electrical rein, wollte Lights fixen und da lag Xean tot davor und Reggie kam dann direkt hinter mir noch dazu. Ja, Reggie war gerade bei mir mit in Admin, das ist richtig. Genau. Ja, und der kam dann gerade hinter mir. Also Reggie könnte es jetzt nicht unmittelbar gewesen sein, wenn wir natürlich schon eine Weile da gewesen haben. Ja, die Lights waren dann noch aus, deswegen jetzt hätte auch einer von uns beiden zurücklaufen können. Also Conan würde ich, denke ich, ausschließen, weil er halt ein Admin war, das ist ein Stück, und er braucht definitiv kein, wenn der jetzt direkt dahinter ist. Die Lights aus Electrical ist. Ich glaube nicht, dass es Nico ist, aber ich kann es nicht 100% ausschließen. Genauso wie er mich nicht 100% ausschließen kann. Es gibt das schon nicht anders. Also ich finde erst mal gut, dass der erste König Nico ist. Ja, es lässt sich noch, es ist noch ziemlich jede Konstellation möglich. Es könnte ein Self-Report sein. Es ist irgendwo auch rein theoretisch möglich, dass Reggie den Kill gemacht hat, dann in Admin gelaufen ist, wo ich ihn gesehen habe und dann halt wieder zurückgelaufen ist. Rein theoretisch, weil es ist eine ganze Weile her, dass die Lights ausgegangen sind. Aber würde ich jetzt ausschließen, nur es ist theoretisch möglich. Ich habe noch mal eine Frage. Ja, Shapeshifter ist auch zufällig, ne? Ob es ihn gibt? Ja. Ist genauso 20% eingestellt wie bei allen anderen auch. Okay, 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 alles klar. Ja, bist du denn Shapeshifter? Ich? Ja. Nee, nur im echten Leben. Okay, ja, gut. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht genug Anhaltspunkte. Und ich würde erst... Ja, aber das war jetzt mit Robju. Ich finde den Anhaltspunkt, dass Nico noch lebt und sogar reporten kann, finde ich schon sehr nein. Ja, wirklich? Ich weiß, ich finde mich auch so, also ich zweifle das schon an mir selbst, aber bin leider noch kein Imposter. Ja, aber großen Respekt an den Imposter. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall raus an der Stelle. Big Respect. Also den Imposter finde ich schon ziemlich cool, ne? Robju, wo bist du so lange gelaufen bisher? Wo ich überall lange gelaufen bin? Okay, da muss ich kurz auf die Karte schauen, warte mal. So, genau, Cafeteria, dann bin ich nach Weapons rein, dann war ich kurz bei O2, bei Nico. Ne, Nico war der, Nico war der Rote. So. Genau, dann bin ich halt da runtergelaufen. Mit Nico, ohne Nico. Hey, Nico war irgendwann mal dabei, keine Ahnung. Ja, wir waren aber, das ist ja schon ewig her, dass wir da zusammengegucken. Okay, weil ich bin auch relativ rechts die ganze Zeit gelaufen. Ich bin auch zuerst zu Navigation, habe dann zwei Tasks gehabt, dann hatte ich in Admin den Upload-Task, weil ich den Download bei Navigation hatte und dann bin ich halt über Shields darunter gelaufen. Und da habe ich dann bei Admin, habe ich dann Reggie stehen sehen, genauso an diesem Upload-Ding. Die Lichter waren irgendwann aus, da habe ich Nico noch gesehen, dann nicht, dann wieder. Ja, genau. Okay. Ach ja. Also ich denke, ich würde es skippen. Ja. Ja. Ja, das ist noch zu unsafe. Oh, dann wähle ich Kunde. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja, diesmal nicht. Wobei ein Post bei mir wieder überfällig ist. Es gibt... So. Ah, ich habe sogar den Upload fertig gehabt. Ja, nice. Das ist doch optimal. Dann kann man ja gleich die Karte hier durchziehen. Alter. Bin ich jetzt... Oh Gott, das wäre... Ich dachte schon, ich kann das nicht mehr. soo... Reggie... Nico... Okay, beide sind nicht tot. Navigations muss ich jetzt wieder zurück. Großartig. Wollen wir zusammenbleiben? Okay, wir wollen nicht zusammenbleiben. Schlecht. Dann bleiben wir halt nicht zusammen. Wapchu... Gefährlich, gefährlich. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Veggie! Nein! Hier rein! Hier rein! Ja! 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 Danke! Du warst mit Nico zusammen. Die Sache ist klar. Jo! Du warst mit Nico zusammen. Die Sache ist klar. Conan liegt in Navigation. Direkt auf dem Band. Die Frage ist, ob es Nico glaubt. Ich habe ihn zuletzt gesehen. Ich glaube, im Storage haben wir uns getrennt. Also wir waren eben noch zusammen mit Nico in Electrical. Ja, das ist schon ein bisschen her, aber nicht so viel. Also ich denke mal, dass der Kill nicht so lange her sein kann. Ja. Robin, muss ich überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn uns gar nicht gesehen. Außer am Start vielleicht. Ja, ich bin mir da doch nicht sicher. Vielleicht ist es für die beiden doch nicht so klar. Schade. Ich glaube, ich muss noch aufnehmen, wie ich langlaufe, weil... Ich war echt viel. Ich war zuletzt in Admin. Ich habe Rob Schuhe auch nicht gesehen. Also ich glaube, zuletzt war ich hier in Matt Bay. Aber ihr wart doch so viel zusammen gerade. Analyse-Dingsbums oder was das ist. Ich weiß gar nicht, wie man das... Keiner von euch kann es in der Zeit gewesen sein. Da würde ich rausstellen es halt. Ja. Wobei, doch, es kann natürlich die Person immer gewesen sein, die die Leiche findet, weil sie könnte Selfie-Kotten machen. Als du als Electrical rausgegangen bist, Nico, bist du nach links oder nach rechts gegangen? Nach rechts richten, Admin. Okay, dann ist Conan Admin gegangen. Dann war das wahrscheinlich ein Shapeshifter. Nach. Dann glaube ich, dass das das Robio ist. Conan war bei Electrical? Ich war doch bei Electrical. Ja, gut. Also, da sah es wie Conan aus. Hä? Äh, ja, das wüsste ich doch. Also, ich hab dich auch nicht gesehen bei Electrical. Und da hat er wirklich als Conan geschäftet? Was? Nein. Hast du uns denn gesehen? Quatsch. Also, ich bin... Also, wir waren noch zusammen bei... Das war ja wirklich nicht, wo wir uns gerade getroffen haben. ... weil wir uns gerade getroffen haben, war ja wirklich... Du bist doch hier, du bist doch der Rote. Du warst doch, äh, bei Lights. Dann hab ich erst einmal den Schalter ausgemacht, obwohl der an sein musste. Äh, ja, das stimmt. Das stimmt, du warst da. Ja, genau. Dann warst du doch da. Ja. Ja, was sonst? Aber danach ist ja erst, äh, hier Nico zu erinnern. Ja, ja. Und dann bist du nach links, ne? Ich bin nach links gelaufen, genau. Und Conan war in Navigation. Äh, Conan hab ich in Navigation gefunden, ja. Hab ich Robio gesehen und ich Conan war jetzt nicht gehört? Also, dann war das, dann ist es, dann glaube ich tatsächlich Robio. Nein! An der Stelle, dann denke ich, dass das ein Self-Report von ihr gewesen ist. Kannst du denken, ist aber falsch. Nein! Nein! Ansonsten müsste Rob2 ja wirklich von... Von ganz links nach ganz rechts irgendwie gewendet sein. Ja, ja. Ja, ich weiß ja, dass ich recht habe, also... Einer von euch bei muss der Fall schreit. Jetzt muss ich mal den... Ja, genau. Wer von euch kann das so ausspielen, dass... Dass ihr meine... Meine... Meine Fehler jetzt so ausspielen könnt, dass es so scheint, dass wäre ich die Apostel. Also wer von euch hat das... Ja, dann sagt dann... Das sagt Mr. Oh, ich hab meine Quote gerade gar nicht erfüllt. Ja. Das ist Robio. Ich? Das ist für doch halt Nico zu erinnern. Ja, das ist hundertprozentig Regi, ja. Ja, respekt an ihr den Apostel gehabt. Also ich hab... Ich hab gesagt, Nico lebt noch. Ich dachte, die Sache ist klarer. Ich dachte, die Sache ist klarer für euch, weil ihr wart so viel zusammen die ganze Zeit. Gewonnen! Juuu! Gut gespielt Rob2. Aber wahrscheinlich wart ihr nicht lang genug zusammen. Wie bist du denn, äh, wie bist du denn zu Navigation gekommen? So schnell. Ich bin gelaufen. Ja, ich bin hingelaufen. Ich hab... Ich hab sogar noch Schuss gelaufen. Ich bin einfach hingelaufen. Ich war... Ich bin einfach, äh... Ich hab, äh... Ja, gut. Ja, als wir Elektrical waren, bin ich halt immer weitergelaufen. Hab ich kurz beim Madbear angehalten und dann bin ich einfach zu dem Navigation-Stick gelaufen. Dann war da vorne. Dann hab ich kurz überlegt. Dann hab ich ihn gekillt. Dann hab ich ihn gekillt. Dann hab ich ihn in Wendt versteckt, bis ich kam. Ja. Ja, okay, dann, äh... Aber klar, Selfieport würde natürlich immer funktionieren, weil in der Zeit, in der man zur Leiche läuft, hat man sie auch killen können. Klar. Ja. Es hat mir sehr... 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 Es hat mir sehr Spaß gemacht, Conor zu killen, muss ich sagen. Und Cian muss immer als erstes weg. Der ist gefährlich. Jaja. Immer so Niko. Immer so Niko. Immer so Niko. Genau. Niko hat der Runde überlebt. Nee, Quatsch. Ich hab auch am Anfang gesagt, ey, Niko lebt noch. Ich finde das gut. Wenn das kein... Wenn das kein... Offensichtlicher... Aussage nach... Ich bin ein Imposter. Seht ihr eigentlich auch meine Pflanze, wenn ich die so reinbacke, dass die so abgeht? Ja, das sehen wir. Okay. Interessiert mich nur, ob das auch angezeigt wird. Und ich finde deine Pflanze wirklich hässlich. Ich hab aber kein... Ich hab aber kein anderes Tier. Und es ist auch irgendwie schwach, wenn man als Haustier eine Pflanze hat, ja. Das sagt ja im Prinzip, du kannst dich nicht um Tier kümmern und deswegen hast du eine Pflanze als Tier. Ja. Ja, aber sie lebt. Sie folgt mir. Das ist keine Schnur. Das ist... Ja, das ist... Ist das... Ist das... Ist das diese... Sind das diese gematipulierten Agrarpflanzen, von denen Sie mal reden? Genau, die sind das. Alles klar. Okay. Gut. Dann schließen wir den Part hier ab. Diese Pflanze hat nur einen Mund, ey. Mehr sag ich dazu nicht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Likes. Genau. Schreibt mir die Kommentare, dass wir meine Spielweise am besten fandet. Gern abonnieren und die Glocke anklicken, sonst krieg ich nicht genug Geld. Nein. Danke an Dani an der Stelle. Für alles, ja. Der hätte mal ruhig mit dazu kommen können. Naja. Natürlich, ja. Weil er hätte bestimmt wichtiger ist. Mit Sicherheit. Gut, ja. Wir schließen hier erstmal ab und gucken mal, ob wir noch einen Part aufnehmen. Ich denke schon. Ja klar. Werden wir gleich sehen. Ist mir egal, was du denkst. So. Aui. Tschüss. Tschüss. Tschüss.